Lass mich da nochmal reingrätschen und das unterstreichen, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, ja, ich mache das zwei Monate und dann klappt es nicht mehr so. Da möchte ich einfach nochmal dieses Zitat von John Chambers mit hineinbringen. Der war lange bei Cisco, der CEO, und er sagt einfach, du darfst nicht zu lange das Richtige machen. Und das habe ich genau daraus gehört, gerade was du gesagt hast. Also einfach, das hat super funktioniert. Du warst irgendwie in deinem Team und mit deinem Team hat das geklappt und hin und her. Und du machst einfach so weiter, weil es ja so gut geklappt hat. Und dann auf einmal wachst du auf und dann wunderst du dich, wieso es ist. Und das ist einfach dieser Punkt mit nochmal dieser Schleife gezogen zur Reflexion, zum Nachdenken darüber über deine Prozesse und wie es läuft in deinem Team. Nur weil es vorgestern oder vor drei Monaten super gelaufen ist und du genau das Richtige gemacht hast für die damalige Situation, heißt das noch lange nicht, dass es heute noch immer das Richtige ist. Es kann sein, durch die Veränderungen, die wir angesprochen haben innerhalb des Teams, durch die Veränderungen, die das Unternehmen betreffen, durch die Veränderungen, die von der Umwelt auf das Unternehmen einwirken, kann es sein, dass das, was du gestern gemacht hast, heute nicht mehr ausreichend ist, nicht mehr das Beste ist, was du tun könntest. Veränderungen, die von der Umwelt auf die Veränderungen, und die Veränderungen, die von der Umwelt auf die Veränderungen, und die Veränderungen und die Veränderungen, oder die Veränderungen, die wir angesprochen haben.